Oh je. Moment. Moment. Jetzt guck ich erstmal einfach... Ah, hier ist Ende, okay. Wie viel Puzzleteile? Zwei. Kann ich... Ne, da ist der in der Mitte. Wenn ich jetzt einfach mit denen hier hingehe und mit meinem Schatten... Moment. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Achso. Ich brauche... Ah ne, geht ja gar nicht. Ich brauche den. Ich muss den ja holen irgendwie. Okay, Moment. So, überlegen. Also ich gehe jetzt hier... Hier... Gehe ich so hin. Oder auch nicht. Und das... Oh Mann. Also... Also ich muss jetzt... Ich muss jetzt erstmal ganz kurz überlegen. Das dauert ja echt lange hier. Und vor allem... Boah, merke ich richtig, wie ruhig ich bin. Das geht ja richtig... Gar nicht. Dass ich hier nichts sage. Ähm... Wahrscheinlich ist diese... Diese Aufnahme richtig langweilig gerade. Ähm... Bin mal gespannt. So. Also ich versuche jetzt... Ich will jetzt versuchen, dass mein Schatten... Den Schlüssel... Nach... Rechts trägt. Jawoll. Ich muss jetzt glaube ich so... So. Jetzt spule ich zurück. So. Jetzt müsste mein Schatten... Den Schlüssel... Nach... Rechts tragen. Tut er das auch? Oder bleibt er da jetzt so blöd stehen? Nein, er tut es. So. Oh nein. Ach du... Ja, okay. Das... Ich habe... Ich habe jetzt gedacht, ich könnte das Kaninchen irgendwie da weglocken. Oh... Und ich glaube, ich kann es auch. Moment. Hehehehehehe. Ah ne, kann ich nicht. Boah, das ist aber kompliziert. Doch, ich kann es. Ne, ich kann es nicht. Also der achtet immer auf mich und nicht auf meinen... Doch. Ach. Ah. Guck an. Guck an. Also muss ich jetzt das Kaninchen irgendwie hier... Weglocken. So, jetzt dürfte reichen. So, und jetzt... Wie? Was? Verstehe ich nicht. Das... Also das ist ja jetzt gemein. Ich... Also ich muss das Kaninchen jetzt mit meinem Schatten weglocken. Ich bleibe jetzt hier mal so ein bisschen stehen. So. Jetzt spule ich zurück. Okay. Auf den achtet der. Ja. Jetzt rase ich schnell hier hoch. Oho. Oho. Und wieder zurück. So. Und jetzt muss ich... Ich... Bleibt der Schlüssel da? Ne, ne? Jetzt muss ich irgendwie den Schlüssel noch da rauskriegen. Ach du Scheiße. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ohne... Also wenn ich spule, bleibt der Schlüssel ja da wieder liegen. Ah. Aber so... So bleibt der ja auch da liegen. Blöde Idee. Mal gucken. Und wenn ich den jetzt... Wenn ich den so nun spule und das dann meinen Schatten machen lasse und das funktioniert nicht. Okay. Äh. Buh. Oho. Ja. Also das Level mache ich dann auch später nochmal. Da haben wir jetzt auch ein Puzzleteil. Das reicht jetzt auch erstmal. Ich brauche immer ein bisschen Abwechslung. Merkt ihr wahrscheinlich. Also wenn ich zu lange an einer Stelle hocke, dann wird das auch meistens nichts. Deswegen, äh... Versuche ich da hier so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Okay. Da drüben ist ein Puzzleteil. Und da oben auch. Aber da komme ich auch so nicht dran. Da sind hier sogar drei. Ähm. Okay. Ähm. Hallo. Oh. So. Jetzt sollte der ja nach rechts laufen, dass ich das rechte Puzzleteil kriegen kann. Indem ich auf den drauf springe. Oder ist das zu hoch? Ne. Das sollte passen. Oder auch nicht. Vielleicht von ganz oben. Jetzt bleibt der in der Luft hängen, ne? Ne. Nee, doch nicht. Okay. Fast. Ja, nein. Der springt genauso hoch. Okay. Also das... Das bringt mir jetzt nichts. Ne. Schade. Hm. Verwirrend. Verwirrend. Ähm. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass der... ist das... Oh. Hey, ist das... Ist aber auch schwierig. So ein Kack. Ach. Oh, hört man den Wind etwa? Ist gerade verdammt stürmisch bei uns. Mein Gott, ist das schwierig, ey. Ähm. Ich habe gerade echt überhaupt keine Idee. Also da bringt der mir ja so gut wie nix. Wart jetzt mal. Wenn ich den dann... Also ich muss irgendwie schnell nach oben kommen. Ah, Moment. Das heißt, ich muss den... Als erstes... Als erstes gehe ich jetzt nach oben. Und lege den Schalter um. ...dass diese Bühne da links ist. So. Ah ne, zurückspulen darf ich nicht. Jetzt mache ich das, genau. Ah, verdammt. Also ich muss jetzt hier runter. Und den töten. So, mein Schatten muss den jetzt töten. Dann sollte eigentlich ein neuer kommen. Jawohl. Den hole ich jetzt nach... Oder auch nicht. Nein, nein, nicht so weit, Stefan. Alles in Ordnung. Okay, dann versuchen wir erstmal das Puzzleteil da oben links zu bekommen. Das heißt, ich muss jetzt meinen Schatten erstmal ein bisschen warten lassen. Dass ich genug... Oha. Mach keine Faxen da. Erstmal so. Jetzt muss der runter. Jetzt warte ich so. So. Okay, da hätte ich nicht so lange warten müssen. Aber ist egal. So, und jetzt sollte ich eigentlich... Oh nein! Ja, super. Okay. Also, dann mache ich das nochmal. Jetzt wartet er natürlich wieder so lange. Okay, okay. Also, ihr habt ja Zeit, ne? Wortspiel. Schlechtes Wortspiel. So. Okay, besser Time. Also, ähm... Jetzt müsste er rauskommen. Jetzt müsste er rauskommen. Jetzt kommt er so. Achtung, Stefan. Achtung. Jawoll! Jetzt habe ich auch vielleicht... Habe ich nicht. Okay. Aber jetzt... Aha! Reicht das? Reicht das? Reicht das? Ja! Ja! Ja, es reicht! Kommst du bitte wieder zurück? Nein, du nicht. Ach, Mist. Ne, das war jetzt wahrscheinlich falsch, was ich gerade gemacht habe. Ja, es war falsch. Super, Stefan. Äh, mal... Ne, 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 ne. Moment, stopp. Halt, stopp. Ich möchte mein Puzzleteil wieder haben. Ich... Ich... Ich hätte doch... Warum... Wann... Wieso... Wes... Weshalb... Ich... Ich bin verwirrt. So. Ich vermute mal... Das ist auch so eine Sache mit, äh... Dass man das Level einfach nicht an einem Stück schaffen kann. Ja, war ja klar. War ja klar. Also, ich vermute mal, man kann... Man kann... Jetzt war's aber. Ich vermute mal, man kann das Level nicht an einem Stück schaffen. Sondern muss das, ähm... Stück für Stück machen. Also immer wieder neu wiederholen. Ähm... Warum weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich kann's mir vorstellen, dass das so ist. Weil sonst... Ach, genau. Weil sonst die... Weil sonst die Puzzleteile wieder zurückgesetzt werden. Und das ist ja blöd. Und das ist auch sehr klar. Und das ist ja klar.